Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spyro The Reignited Trilogy. Zum zweiten Teil, Gateway to Glimmer, oder im amerikanischen Bereich hieß das glaube ich, Riptos Rage. Ist ja noch irgendwo etwas Energie für uns, mit grünem Sparks rumzulaufen. Das bereitet mir etwas Kopfschmerzen, aber wir haben wohl gerade keine andere Wahl. Junge, du sollst dich einfach fallen lassen. Ah, ich sehe schon, da unten gibt es noch mehr. Und bevor ich es übersehe und vergesse, nehme ich es gleich mit. Okay, man kommt hier rum. Und zurück zum Start. Also nochmal dort hoch. Da ist noch etwas. Aber mehr ist ja nicht, ne? Ein HP? Nö. Warum auch? Warum auch? So, abspringen. Dann haben wir hinten noch genügend Steinchen. Der Soundtrack, alter. Stimmt, der kommt mir auch gerade so ein bisschen wieder hoch in Erinnerungen. Den Soundtracken kenne ich tatsächlich noch. Aber ich dachte, der wäre bei einem anderen Level gewesen. So, und wumms. Nur ein Fünfer. Das meiste müsste man auch schon längst eingesammelt haben, oder? In diesem Level. Oh, ich sehe ja noch, dass hier noch mehr Spaß ist mit Klettern, ne? Oh, ich habe keine Lust drauf. Ich habe keine Lust. Da ist ein Eingang, ne? Ach komm, gib mal her. Was ist denn hier oben? Edelsteine und ein Loch. Kann man hier runter? Wahrscheinlich. Wir sollen sogar wahrscheinlich hier drunter. Jäger. Mit zwei Aufgaben, ne? Ja, oh, spitze. Spitze, ne? Komm, was hast du denn zu sagen, Kollege? Komm. Hey Spyro, sieh mal, was ich für eine coole Höhle entdeckt habe. Spielen wir ein Spiel. Ab und zu platzt Kristallpopcorn aus dem Boden. Wer zuerst zehn Stück erwischt, gewinnt. Die Höhle ist dann aber auch tausendmal cooler als du. Na gut, ne? Im Vergleich zu null, ne? Ist alles höher. Ach komm, wir nehmen es mal an. Bereit, wenn du es bist. Drei Sterne. So. Okay, das kommt immer inzwischen Eckpunkten raus. Oh, der Typ ist gar nicht mal so schlecht, ne? Yeah. Ich müsste den Frängen auch mehr im Auge behalten, ne? Na, haha. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht, der Typ. Okay. Haha, weggeschnappt, Kollege. So, wo kommt als nächstes was raus? Hehe. Okay. Oh. Ne Trophäe bekommen, gemopst. Alter. Okay, du gewinnst. Hier ist deine Kugel. Das scheint wohl auch die Strategie zu sein. Ihnen zu folgen. Und immer da hoch zu springen, wo er gerade ist. Ich will keine Kugel, wenn du nochmal gewinnst. Diesmal geht es bis 15. Ach, ja, wenn du willst. Bereit, wenn du es bist. Fünf, Alter. Okay, jetzt kann er uns anscheinend... Der ist jetzt schneller als vorher, oder? Und er weiß anscheinend auch, wo die rauskommen. Alter, was bist du für ein Spastiger? Spastiger. Und der fängt ja auch schon eher ein. Oh, okay. Die Strategie ist für den Arsch. Oh. Das ist auch mal wieder so eine Aufgabe, die ich hasse, ne? Oh, ich... Ich stelle mich gerade echt dumm bei dem Typen. Junge, kann ich nicht... ... mit Feuer irgendwie bearbeiten, dass der... ... mit Feuer... Nee. Alter, so ohne Scheiß, ne? Du bist so ein Wichser. Du bist echt schnell. Aber nicht so schnell wie ich. Was meinst du? Willst du es noch einmal... Junge, du hast... Du hast den... ...integrierten Wallhack. Bereit, wenn... Du Cheater, du. Nein. Nein. So. Fünf. Ja. Ah, ich hasse das. Ich muss mich gerade nicht konzentrieren, ey. Sieben. Nein. Ah, da war ich zu spät. Ich hätte es nicht mopsen können. Ach, Mensch. Aber wir haben schon mal einen Vorsprung. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, hier kommt noch was raus. Zehn. Was? Elf. Ah, er hat auch elf. Da war unser Vorsprung hinüber. Junge, du bist ein Spastiker. Nein. Ah. Aber nicht so schnell wie ich. Was meinst du? Willst du es noch einmal versuchen? Entschuldigung, wenn ich weniger rede, aber ich muss mich echt konzentrieren bei diesem Spinner. Oh, gehst du mir auf den Sack, Junge. Nein. Das Dumme ist halt, dass der wirklich immer nur dann da auch hingeht, wenn er eine einsammeln kann. Okay, da jetzt nicht. Da hat seine Programmierung versagt. Okay. Ist das dein Ernst? Ich war eh auf diesem Loch. Ach. Ich hasse die Aufgabe jetzt schon. So. Wo ist denn der Typ? Ach, vor allem das hat er sich auch schon weiß, ne? Das ist ätzend. Ist das dein Ernst? Ach, Mann, wenn ich wenigstens mich auf den Visieren könnte, ne? Dass ich weiß, wohin will. Aber nicht so schnell wie ich. Was meinst du? Kannst du bitte dein Maul halten? Du gehst mir auf den Sack. Jetzt schon. Gleich nochmal die Stelle. Okay. Diesmal läuft's. Hoffe ich. 5, 0. Ah. 6, 1. Ne, zu spät. Da war ich grad dumm. 7, 4. Also 4, 7. Jäger. Ja. Halt mal fest. Ich hasse den Typen wirklich abgrundtief. Ich hab doch. Ah, die Hitbox. Ich war doch eigentlich drauf oder die auf den Kristall gerade. Ja, jetzt holte ich den einen nach dem nächsten. Natürlich. Du bist echt schnell, aber nicht so schnell wie ich. Was meinst du? Willst du es noch einmal? Ja, komm. Ich hab halt doch so gute Führung, ne? Ich hasse das jetzt schon. Wenn ich doch auch mal so einen Wallhack hätte, ne? Wie er. Schro put in das Jahr. Jäger! Alter. Ich mich doch… Ich bin doch da gegengesprungen, Junge! Kann ich das nicht? nee. Ich kann das jetzt nicht irgendwie aufgeben und sagen, nochmal von vorne. Ich muss das nur wirklich machen, bis er gewonnen hat. Na komm, Gewinnkollege. Das ist halt wirklich, dass er das wirklich schon vorher weiß. Das ist zum Kotzen. Dass man sich nicht auf ihn irgendwie visieren kann. Dass man ihn einfach folgt. Das ist... Mal stoppen sich die schon bei Zeiten, wenn sie noch hochfliegen. Bei den anderen Malen auch erst mal, wenn sie oben sind. Junge, gehst du mir auf den Sack mit dem Scheiß. Halt doch bitte dein dummes Maul. Ich finde, dass ich den nicht irgendwie mit Feuer irgendwie hindern kann. Dass dir mein Drachenfeuer auch nichts ausmacht. Äh, wo jetzt? Haps. Haps. Natürlich, jetzt hat er sich wieder bei Zeiten geholt. Haps. 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 Jäger. Oh, du bist ein dummes Kind, ey. Ne, das schafft er nicht mehr. Das schaffe ich aber noch. Komm, noch zwei. Noch eins. Du bist echt gut. Ich muss mir wohl schwierigere Spiele ausdenken. Haps. Nimm erst mal. Nimm erst mal. Nimm erst mal. Die hast du zu... Ich kann mir vorstellen, dass ich damals echt Probleme hatte bei diesem Ding. da sehe ich was... Wie komme ich da eigentlich hin? Okay. Was übersehen. Oh, bist du... Jäger, Alter, du bist wirklich der... Oh, Junge. Ach, der war ja stimmt. Der hatte echt die beschissensten Aufgaben von allen. So, gibt man dann etwas HP her, kollegisch. Stimmt, Jäger hatte ich die beschissensten Aufgaben von allen. Oh, also neben diesen Fluglevel-Kack. Wo man ja auch immer für ihn Sachen machen muss. Also, nicht für ihn, aber im Wettkampf. Meinetwegen, ich fliege voraus, du musst mir folgen und... Äh, bla, und hier, und hast du nicht gesehen, das andere mit dem Schneemobil, oder wo die... Wie das mit diesem Metro-Kack... Oh. Oh. Kannst du mal zuschlagen? Ja. So. Mal kurz eine Massage gegönnt, der Dude. Oh, Alter, das Level. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber das nächste wird auch nicht gerade besser werden. Die nächsten zwei. Nee, Wüste. Hügel. Da oben scheint es weiterzugehen. Habe ich ja auch alles mitgenommen. Alter, Schwede. Okay, es geht voraus. Weiter nach oben und weiter voraus. Hügel. Aber ich glaube, der größte Scheiß aus diesem Level ist jetzt auch schon vorbei. Der müsste weg sein. Ach, Mr. McMoney-Sack. Wie kommt es denn, dass du immer wieder da bist? Leben. Da drüben habe ich auch noch ein paar gesehen. Ein paar Leben. Wir sind in das drei Stück. Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist. Der Aufzug im nächsten Raum bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen, so oft du willst. Ja, mach mal, Digi. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Steig einfach in den Aufzug, dann bringt er dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig wieder ein. Erstmal kommt das hier. Oh Gott, ey. Ja, ich glaube, das größte und beschissenste vom Level ist vorbei. So, Aufzug. Kann ich den einfach fallen lassen? Ja, das funktioniert. Oder was ist das denn? Hier fallen Steine runter, oder was? Mal raten, ich muss nach oben. Na, Invertierung. Ja, ich muss irgendwie nach oben. Autsch. Oh. Alter. Okay, das Level hasse ich immer mehr. Ich komme nicht wieder zurück, ne? Ich wüsste, wo ich hin muss. Ach, nach drüben wahrscheinlich, ne? Und immer diesen Dingern ausweichen. Du rollst hier runter. Der rollt bei der nächsten Sprosse runter. Und dann, hier kommt nichts. Langsam müsste es aber auch mal irgendwo hochgehen, ne? Okay, hier rollen sie jetzt... Ah, da geht es hoch und die rollen abwechselnd, ne? Okay, das war es schon. Danke, dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Hier wurde es etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Aber ihr habt das doch eigentlich auch selber machen können, oder? Und ein Vulkan aus Metall oder Edelsteine. So, dann... Gibt es ja irgendwo mal sowas wie Leben? Hier ist mir noch eine Aufgabe, die ich machen muss. Was bist du? Ein Superflug wahrscheinlich, oder? Hey, Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Party-Hüte können wir nicht feiern. Ah, feiern. Oh, fünf Sterne. Ach, mal raten. Ich brauche die Steine, um die zu killen, oder? Weil sonst fliegen die da nicht rum. Weil erst mal brauche ich wieder etwas Leben. Dann erneuere ich mal meinen Superflug, denn ich wüsste, wo ich dahin muss. Dahin. So brauche ich immer diese Scheiß-Steine, ne? Oh Gott. Und dann... Ah, die können mich noch sogar noch hitten. Alles klar. Nummer eins. Ah, jetzt hätte ich hier noch... Ist das dein Ernst? Okay. Ich sehe schon wieder, warum ich das Level noch so gehasst habe damals. Ich verstehe es. Es kommt... So langsam kommt es hoch. Jetzt muss ich ja wieder bis hoch, ne? Theoretisch misst er ja jetzt. Genau. Die Steine dürften mir nicht mehr so auf den Sack gehen. Ja, die Mission, die ist... Oh, ist die zum Kotzen. Da haben sie sich auch echt was Tolles einfallen lassen, ne? Also das Level... Kann verstehen, wenn man es hasst. Lass es oben nochmal speichern. Ah, da ist sogar so ein Aufwind. Ist das dein Ernst? Okay. Einfach mal durchgeflogen. Kann ich nicht irgendwie speichern bei ihm? Ja, komm. Ich weiß, was ich machen muss. Ja, toll. Oben konnte man speichern, ne? Bei dem Typen? Nee. Konnte man nicht. Ah, ätzend. So, wo ist denn hier so ein... So ein Stein, den ich mitnehmen könnte? Da drüben gibt es einen, aber der... Muss ich ne übelste Kurve fliegen. Ja, ich sehe schon. Ähm, jetzt bin ich noch einer, oder? Als ob! So, da war mein Stein weg. Alter. Okay, wenn ich jetzt hier so halbwegs lang fliege... ...kriege ich den auf jeden Fall immer tot. Okay. Okay, aber die machen mir anscheinend kein Damage, ne? Habe ich so das Gefühl. Die schießen mich nur aus dem Flug runter. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass die einen nur aus dem Flug rausschießen. Dass die einen nicht killen. Das ist... Oh, schön. Ja, guck, das ist schön. Das macht es mich wirklich besser. Oh, Gott. Habe ich den nicht gekillt? Ne. Jetzt habe ich den nicht gekillt. Die habe ich jetzt auch gekillt. Oh, Gott. Da mache ich erstmal alle, die hier oben weg, ne? Und den Flug erneuern. Ach komm, das machen wir dann... ...in der nächsten Folge. Ich habe jetzt die Schnurr zerfallen, Alter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... ...Spyro the Reigniter Trilogy. Und bis dahin. Tschüss.